Dann steigen wir mal ein in die Studien, die wir für heute verabredet haben. Uns haben nämlich auch schon jetzt viele Nachfragen zu einer Studie von Forschern aus Oslo und Kiel erreicht, die offenbar Hinweise darauf gefunden haben, dass es auch mit der Blutgruppe zusammenhängt, wie groß das Risiko für einen schweren Verlauf ist, beziehungsweise für ein Versagen der Atemwege. Das ist eine Vorveröffentlichung, also ein nicht begutachtetes Preprint. Und danach ist die Blutgruppe A positiv gefährdeter als andere. Ganz allgemein gesagt, die Blutgruppe 0 dagegen scheint im Erbgut einen leichten Schutz mitzubringen, mit aller Vorsicht gesagt. Genetik ist nicht ihr Kernfach, müssen wir dazu sagen. Aber ein bisschen was können Sie uns vielleicht trotzdem dazu sagen. Grundsätzlich, dass die Immunantwort mit der Blutgruppe zusammenhängen kann, ist keine ganz überraschende Erkenntnis, oder? Ja, also prinzipiell sind das natürlich Gene, die in gewissen Bereichen Proteine kodieren, die was miteinander zu tun haben, funktionell, um es mal so auszudrücken. Und wir wissen ja auch, dass die Blutgerinnung bei dieser Covid-19-Erkrankung eine deutliche Rolle spielt. Insofern ist das jetzt nicht unplausibel. Hier haben wir jetzt eben eine Studie von führenden humangenetischen Arbeitsgruppen, wie Sie es schon sagen, aus Oslo und auch aus Kiel. Dort sitzt auch eine der führenden deutschen Gruppen. Und es wurde jetzt gesammelt, Patienten in Italien und Spanien, dort, wo eigentlich große Ausbrüche gewesen sind. Und das waren auch relativ große Patientenzahlen für eine so schnell gemachte Studie. 4.000 insgesamt, habe ich gesehen. Genau, und das teilt sich auf in Italien auf 835 Patienten und 1.255 Kontrollen. Und in Spanien 775 Patienten und 950 Kontrollen. Und das ist wichtig, dass man sich das erst mal vergegenwärtigt, was das eigentlich hier soll mit den Kontrollen. Wir haben hier eine Aufgabe als Humangenetiker, etwas herauszufinden. Nämlich, ob Gene in einer bestimmten Ausprägungsform in einer kranken Patientengruppe, erkrankten Gruppe, vielleicht häufiger vorkommen als in einer nicht erkrankten Gruppe oder in der normalen Bevölkerung. Und das ist eigentlich immer das, was wir wirklich kontrollieren. Wir kontrollieren gegen die Häufigkeit desselben Gens in der normalen Bevölkerung. Und man hat dann in dieser Studie zunächst mal ein genetisches Merkmal gefunden, das in einem Gen-Lokus liegt, der für Blutgruppen kodiert und hat dann eine blutgruppenspezifische Analyse gemacht. Und in dieser blutgruppenspezifischen Analyse sieht man ein höheres Risiko für A-positive Individuen, also Blutgruppe A, schwer erkrankt zu sein. Das Kriterium war hier Sauerstoffbedarf, also im Prinzip eine schwere Covid-19-Erkrankung und ein geringeres Risiko bei Patienten mit Blutgruppe Null. Und da ist also ein Risikomaß, das ist die sogenannte Odds-Ratio, die liegt bei der Blutgruppe A bei 1,45. Also 1 ist normal, 1,45 ist dann zu sehen bei Blutgruppe A-Patienten. Und die Blutgruppe Null, 0,65. Das ist also so was wie ein Häufigkeitsmaß, wo man eben fragt unter den Schwererkrankten, wie viel mal häufiger sind hier eigentlich Patienten mit Blutgruppe A unter den Schwererkrankten, wie viel mal weniger häufig, wenn man das so übersetzen will als 0,65, sind die mit der Blutgruppe Null. Also bei der Blutgruppe A-positiv ein um 50 Prozent gesteigerte Häufigkeit, im Vergleich zu 1 ungefähr. Das ist nicht direkt so umrechenbar, aber mal jetzt für die Vorstellung, ist es eben so gefunden worden hier in dieser Studie. Patienten mit der Blutgruppe A haben also ein höheres Risiko, schwer an dieser Covid-19-Erkrankung zu leiden. Also mit Sauerstoffbedarf einhergehend. Was können wir aus so einem Ergebnis jetzt ableiten? Für die Forschung ist es ja in jedem Fall interessant, aber als Individualpatient. Ich zum Beispiel habe die Blutgruppe A-positiv. Ich habe das extra noch mal nachgeguckt. Da muss ich mir jetzt aber nicht verschärft automatisch Sorgen machen. Das ist ja nur ein Baustein von vielen. Naja, also wenn Sie jetzt Blutgruppe A-positiv hätten, dann würde man jetzt denken, Sie haben ein höheres Risiko, wenn Sie sich infizieren mit der Erkrankung, dass Sie auch einen schweren Verlauf kriegen. Ich habe übrigens Blutgruppe Null, Kette. Sie sind fein raus, denkt man. Genau, ich wäre fein raus. Das ist natürlich jetzt so direkt auch nicht übertragbar. Denn es gibt ja ganz viele andere Dinge, die bestimmen, ob man einen schweren Verlauf kriegt. Zum Beispiel das Alter, wie wir ja wissen. Und viele andere Grunderkrankungen. Wir beginnen auch, uns Gedanken darüber zu machen, ob zum Beispiel die Infektionsdosis, die man am Anfang der Krankheit abbekommen hat, vielleicht den Verlauf bestimmen kann. Also da sind ganz viele Dinge, die jetzt unbekannt sind. Und auch hier in dieser Studie ganz viele zusätzliche mögliche andere Faktoren. Ein weiterer Faktor wurde übrigens auch noch gefunden in der Studie. Der kommt dazu. Das ist also ein ganz unabhängiger Risikofaktor davon. Also eine ganz andere Genmutation an einer ganz anderen Stelle. Und so ist also jetzt das, was man hier rauskitzelt aus den Daten, ein Risikofaktor. Das heißt jetzt also nicht, dass Leute, die die Blutgruppe A haben, sich ganz böse, ganz schlimme Sorgen machen müssen, wenn sie jetzt diese Erkrankung bekommen. Aber es ist eben jetzt erst mal ein interessanter Anfangsbefund. Und häufig ist das so bei solchen genomweiten Assoziationsstudien, dass man dann am Ende natürlich nicht eine neue Risikokategorie von Patienten für die epidemiologische Überwachung daraus distilliert, sondern vielmehr auch neue Erkenntnisse über die Pathophysiologie, also über die krankmachenden Effekte bei dieser Erkrankung gewinnt. Wie eben jetzt auch in diesem Fall, wo die Autoren in der Studie schon sagen, das kommt eigentlich gut hin, das ist plausibel. Denn man hat ja anhand von klinischen Beobachtungen auch schon gesehen, dass so Dinge wie Blutgerinnungsfaktoren, die sind in diesen Genlozi auch zum Teil mitkodiert, dass die in der Pathophysiologie dieser Erkrankung schon eine Rolle spielen. Das heißt dann, wenn zum Beispiel die Zahlen beherrschbar sind, könnte man vielleicht auch in der klinischen Begutachtung, also bei jemandem, der am Anfang eines Verlaufs steht, verschiedene dieser Risikofaktoren zusammenfügen und dann sagen, hier muss man vielleicht mal früher Medikamente geben. Also ältere Personen, die zum Beispiel eine bestimmte Disposition auch über die Blutgruppe haben. Genau, also es ist sicherlich so, für einen erfahrenen und gut belesenen Kliniker, der jetzt diese Studie hier sieht und liest, der wird sicherlich in Zukunft, wenn er einen Patienten hat, der vom gesamten Profil, also ein Mann, älter, vielleicht mit ein bisschen Übergewicht, vielleicht mit einer zugrunde liegenden Herzerkrankung, da würde der sich sowieso schon Sorgen machen. Und wenn der dann zusätzlich auch noch sieht, aha, Blutgruppe A, dann würde er sich vielleicht noch ein bisschen mehr Sorgen machen und noch ein bisschen genauer hinschauen bei diesem Patienten. Und überhaupt eben, sagen wir mal, einen Kliniker darauf hinzuweisen, schau mal, was der Patient für eine Blutgruppe hat. Das würde man ja sonst nicht tun. Also man würde es schon tun, aber nicht unter einer Risikoerwägung. Man will immer wissen, was der Patient für eine Blutgruppe hat, das ist einfach wichtig. Aber unter dieser Risikoerwägung würde man da jetzt eben noch mal genauer hinschauen. So kann man sich das vorstellen. Aber wie gesagt, es bedeutet nicht jetzt für die Normalbevölkerung, dass jeder mit Blutgruppe A jetzt anfangen muss, sich ganz furchtbare Sorgen zu machen. Und jeder mit Blutgruppe 0 sagt, mich trifft es ja eh nicht. Genau, mich trifft es ja nicht. Wir beide wären da die Stellvertreter. Also wie immer, wie alle diese Details mit großer Vorsicht betrachten.